Eraser, das steht bei Medion für Gaming Power. Naja, für knapp 1800 Euro wollen wir aber auch richtig was sehen und das haben wir mal getestet. Hier der Test vom neuen Medion Eraser. Groß und schwer, aber immerhin recht dünn. Das Medion X7843 ist ein Notebook im Großformat. Mit 3,54 Kilogramm macht es sich in der Tasche bemerkbar. Das ist ordentlich, selbst für Gaming-Rechner, die häufig die 4-Kilogramm-Marke durchbrechen. Der 17-Zoll-Monitor löst in Full HD, also mit 1920x1080 Pixeln auf. Die Bildschärfe war im Test durchgehend hoch, die Farbtreue mit 87,2% ebenfalls. Ein Bildwechsel erfolgt in 11,5 Millisekunden. Selbst schnelle Action-Szenen werden so schlierenfrei abgebildet. Der Bildschirm ist zudem entspiegelt und nervt nicht mit Reflexionen. Nur der Kontrast ist etwas zu hoch. Im Inneren steckt ein Prozessor der Oberklasse. Ein Core i5-6700HQ aus Intels neuer Skylake-Serie. Vier Kerne takten mit bis zu 2,6 GHz. Der Arbeitsspeicher ist mit 16 GB ausgesprochen großzügig ausgelegt. Die Bildwiedergabe besorgt Nvidias zweitbester Grafikchip GeForce GTX 980 M. Dem Grafikprozessor stehen 4 GB Grafikspeicher des schnellen GDDA5-Typs zur Verfügung. Ebenfalls von der flinken Sorte ist die 119 GB große SSD. Dazu kommt eine konventionelle Festplatte mit 932 GB. Wer noch mehr Speicher braucht, kann den freien 2,5 Zoll Einschub nutzen oder eine SSD im Steckkartenformat M2 einbauen. Die Kombination der schnellen Komponenten zeigte im Test ihre Wirkung. Das Medion erledigte selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Videoschnitt und Grafikbearbeitung sehr flott. Topnoten gab es auch in den Spiele-Benchmarks. Das Notebook brachte Titel wie Call of Duty mit durchschnittlich 111 Bildern pro Sekunde auf den Schirm. Damit hat das Gerät genug Reserven für kommende, noch anspruchsvollere Spiele. Wie den meisten Gaming-Notebooks geht auch dem Medion zügig der Saft aus. Der Akku macht beim Zocken schon nach 2 Stunden und 45 Minuten schlapp. Beim Arbeiten mit Office-Programmen blieb der Bildschirm nach 3 Stunden und 4 Minuten schwarz. Standard-Notebooks kommen locker 6 Stunden ohne Steckdose aus. Dafür ist dieses Notebook üppig mit Anschlüssen ausgestattet. 3 USB 3.0-Buchsen, 2 Displayports, dazu HDMI. Ein Speicherkartenleser und Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon kommen dazu. Einen DVD-Brenner hat das Gerät allerdings nicht. Spiele lassen sich deshalb nur vom USB-Stick oder per Download installieren. Im Internet ist das Medion im schnellen WLAN-AC-Standard unterwegs. Für drahtlose Lautsprecher ist Bluetooth 4.0 an Bord. Das Fazit ist durchaus positiv. Schnelle Arbeitsgeschwindigkeit, schnelle Zockgeschwindigkeit und die üblichen Probleme, die so ein Gaming-Notebook hat. Es ist schwer und es macht eine Menge Krach, wenn es unter Vollost beim Spielen läuft. Nichtsdestotrotz, wir haben es mit gut bewertet, beziehungsweise einer 2,18. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.